Die Dokomi scheut keine Kosten und Mühen extra für euch Japaner hier einzufliegen um euch hier richtig auf der Blackstage die Bühne einzuheizen. Wir haben jetzt einen weiteren Musiker extra aus Japan für euch eingeflogen. Die Rede ist von Stereo Dive Foundation oder auch bekannt als Ron, das war gut, das war fast synchron, oder auch bekannt als Ron, oh yeah. Wir haben es schon drauf. Wir haben es drauf. Er ist seit 2013 als Komponist, Produzent und Sänger aktiv und unterstützt da zahlreiche Animes. Unter anderem bekannte Werke Chronos aus Food Wars, den zweiten darfst du vorlesen. Oder auch Daisy aus Kyokai no Kanata. Da sind Fans dabei. Da sind Fans auf jeden Fall. Außerdem 2020 hat er sein erstes Album Stereo Dive und 2023 Stereo Dive 2. Und nicht zu vergessen auch Genesis aus Dimension Wii. W. 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 Aber damit sind wir eigentlich fertig. Durch. Weil wir wollen euch nicht weiter aufhalten. Freut euch. Freut euch. Zückt eure Lichtstäbe, eure Smartphones. Macht richtig Party, damit ihr Bock habt vielleicht wieder nach Deutschland zu kommen. Wir wünschen euch viel, viel Spaß mit Stereo Dive Foundation. Applaus W. 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 W Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. but I never will carry on and burn it down Take away and do it for me ingy than this one carry on and burn it down You gotta feel what you want gotta feel what you want Gotta be the way you are 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 How do you feel? 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Always Kimi no uta ukoe to Tsunagaru yo Koko dooku na hibita boku de Ino ni uga bu Atsu wa oh Iki zmi wo kimo ni kaeru kara I wanna be with you 二度とはない今の現実を 手に入れるための犠牲なんて 決して孤独と決めしきれない 今の僕に測れない それでもいいんだ 響き渡れ祈りよ こだますぬ僕らの歌声 一寸の光を描いた 照らしたスイッシュリーンの花よ 二度とはない今の現実を 手に入れるための犠牲なんて 決して孤独と決めしきれない 今の僕に測れない それでもいいんだ 響き渡れ祈りよ こだますぬ僕らの歌声 一寸の光を描いた 照らしたスイッシュリーンの花よ 君と二人手を繋いで ずっといたいんだ ずっといたいんだ 過ち無理かよ 何度でもいいさ 繰り返していく スタートライ 過去とは違う明日を 二人だけの希望を描く スタートライ アレバーセイグッバイ いつだってそうさ おめでとうございます おめでとうございます Applaus 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 Did you guys miss me? Applaus Thank you I can play another song for tonight But after this, there is an autograph session So maybe come and join me Applaus Thank you I lived in Frankfurt when I was a kid About two years ago Two years ago, no, 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 no For two years So I love Frankfurt and Germany so much And I love Spargel Applaus But Spargel time is maybe over, right? So I miss Spargel this year So maybe next year I have to come back here and have Spargel night All right? So anyway, thank you so much It's a very happy time It's an honor to be here in Dokomi Thank you guys and Dokomi so much Applaus Bye bye Applaus Applaus For Stereo Dive Foundation Applaus Jeder, der jetzt Lust hat Sich noch ein Autogramm abzuholen Signierstunde gibt's heute auch nochmal Und zwar da hinten, wenn ich das richtig im Kopf habe Da hinten an dem Vorhang Jetzt gleich im Anschluss Könnt ihr euch dann noch ein Autogramm abholen Ansonsten auch nochmal morgen Nein, nein, das wird hier her verlegt Das findet hier statt Am Vorhang Wurde mir gerade nochmal von der Hallen Orge jetzt gesagt Bitte stellt euch geordnet in einer Reihe am Vorhang hinten auf Wenn ihr ein Autogramm haben wollt Damit wir das alles nochmal gut koordinieren können Und gut über die Bühne bringen können Ansonsten hat er morgen auch nochmal Signierstunde 13 Uhr in Halle 3 am Tisch 2 Da könnt ihr auch nochmal ein Autogramm ergattern Wir danken euch auf jeden Fall Heute Abend Nicht vergessen Ab 21 Uhr ist noch J-Rave 21 Uhr ist Einlass J-Rave Hier in der Halle 9 Das ist über den Eingang Genau Man muss eigentlich, soviel ich weiß Man muss raus Und dann erst wieder um 21 Uhr ist Einlass Also wer da nochmal Lust hat Richtig abzutanzen heute Abend J-Rave Und morgen sind wir auch wieder vor euch da Morgen direkt um 11 Uhr 30 mit der Charakterversteigerung Glaubt mir Leute Das wollt ihr nicht verpassen Wenn ihr hier Leute Ja quasi Wenn wir hier Leute versteigern auf der Bühne Das wird ein Riesending Habt nochmal Spaß Kommt gut nach Hause heute Und wir sehen uns morgen wieder Macht es gut Hachet Glauben Glauben